So, das ist der erste Tag, nachdem wir gestern in Stellenbosch faktisch die Reise geplant haben, dass wir in Mamre sind und tatsächlich einem der zweitältesten Missionsposten der Handelte hier in Südafrika, ehemals Krönigdorf. Und wir sind ein bisschen überrascht, oder? Also wir haben eine sehr großzügige Willkommensgeste erfahren. Genau, von Jasmine Radcliffe, der im Moment Referent hier ist, und von Martin, der uns alles gezeigt hat, inklusive einem sehr spannenden Lobensaal. Da müssen wir noch historisch ein bisschen schauen, was sich dahinter verbirgt. Kenne ich jetzt so aus den Quellen nicht, sagt mir nichts. Müssen wir schauen. Aber hinter uns sieht man die alte Missionsstation und die Kirche, die Letrope auf die Art und Weise auch in seinen Stichen in dem Journal of a Visits to South Africa, ja, als Stich mit der Legtrate anhasen. Die wurde damals wohl noch gebaut und er beschreibt schön, wie die gebaut wurde, was wir Materialien benutzt haben. Das ist nämlich für Europäer ein bisschen ungewöhnlich, dass sie ungebrannte Ziegel benutzen, also Adobe. Und was ist das? Das ist einfach Lehm, der zwar gehärtet wird, also getrocknet und so weiter, aber nicht gebrannt. Okay. Ja, das sieht man hier an den anderen Gebäuden auch, dass das wahrscheinlich auch von der Erhaltung und von der Restauration her das größte Problem ist. Ja. Und tatsächlich gibt es hier einiges zu tun, um das Ganze zu erhalten. Aber wir haben auch gehört, gestern war hier ein Gottesdienst mit 800 Leuten. Ja. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir nicht hier waren. Einfach nur zu hören, wie hier gesungen wird. Und das nächste Mal, wenn hier gesungen wird, sind wir leider schon wieder auf dem Rückweg. Leider. Ja, okay. Aber ein tolles Erlebnis, wir können ja auch ein 3D-Modell aufnehmen, was gerade läuft. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir dann mehr oder weniger die Moravian Churches schön in einander halten können und vergleichen. Und da freue ich mich schon, wenn wir das Material dann hier einpflegen. Ja, okay. Und dann sehen wir uns mit einem Video am Mittwoch, wenn wir am Mittwoch in Kinnabendal. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao.